Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Ortega. Das ist mein Kanal Ortegas Gamebox. Und was es zur Zeit zu sehen gibt auf Ortegas Gamebox, sind eigentlich nur Videos zu Red Dead Redemption Online oder auch zu Red Dead Redemption 2 im Story-Modus. Bin aber momentan nur im Online-Modus. Werde dazu ein paar Infovideos machen und teilweise auch ganz normale Let's Plays, zum Beispiel Versorgungsmissionen oder sonst irgendwas, Infovideos zu irgendwelchen täglichen Herausforderungen und so weiter. Würde mich freuen, wenn ihr zuschaut. Die ganzen Videos werden zur Zeit momentan nur ohne Kommentar ausgegeben, aber mal schauen, was die Zukunft bringt, schauen wie der Kanal sich entwickelt und wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gebt einen Kommentar ab oder abonniert vielleicht sogar den Kanal. Bis dahin, euer Ortega. Bye, bye.